Hallo Olga und Renate. Heute gibt es schon mal die erste Trainingseinheit wieder per Video für euch daheim. Die ganze Runde besteht aus typischen Otea-Moves, die ihr alle schon kennt. Ihr macht bitte die ganze Runde, also das ganze Video, dreimal hintereinander. Am besten mit engen Füßen einmal, das zweite Mal mit etwas breiteren Füßen und das dritte Mal mit ganz breiten Füßen. Okay, ich sage die erste Runde an und danach geht es einfach weiter. Viel Spaß und Freude. Okay, Grundhaltung, Beine eng, Baru. Tamao. 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 Tamao Doppelt, Doppelt da, Tammau, Tammau, rechts, links, Doppelt, Tammau, journeys, Doppelt, Tammau, Tammau, Doppelt, Tammau, und grupos, Doppelt, Tammau, Bauba Tamau Bauba Erste Runde geschafft. Zweite Runde. Beine breiter. Also breiter jetzt hüftbreit. Bauba Tamau 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 Trás Tamau Tau 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 . Tau Mow Tau O Tau 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 Tamm auf! 3 Rück! Tamm auf! Halte! Rück! Tamm auf! Pahaupa! Tamm auf! Tamm auf! Pahaupa! Dreh, 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 Dreh! Und die dritte Runde mit breiten Beinen über die Hüften. Breit! In den Knien, Waupa! Oberkörper bleibt oben ruhig! Tamm auf! 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 Dopp it, thumb up, thumb up, thumb up. Dopp it, thumb up, 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 Ba-u-pa. Tamau. Ba-u-pa. Ba-u-pa. Wunderbar, ihr habt es geschafft, unser erstes Training per Video wieder mit einfachen Kombis. Übt das Ganze und natürlich könnt ihr auch alle durchgängig in die andere Richtung machen, dass das andersrum baut. Der Kreis, der Vater, der Wau. Viel Spaß beim Üben, bis bald. Liebe Grüße, tschüss. Vielen Dank.